Und was der nächste Schritt ist, ist natürlich, naja, jetzt muss ich mich damit beschäftigen, wie kann ich denn tatsächlich konkret diese ganzen Werte berechnen, welche Werte tauchen denn auf und da brauchen wir gewisse zentrale Begriffe aus dem Tabellenbuch, die hier genannt sind oder die wichtigen Begriffe sind dann auf FET geschrieben. Mal gerade an die Stelle zurückblättern im Tabellenbuch. Auch da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Das heißt, das geht jetzt los ab dieser Seite hier. Das sind natürlich diese Grundbegriffe, die wir auch schon in der Lernphase A hatten, also Temperatur, Wärmemenge, Wärmekapazität, da haben wir schon ein bisschen mit rumgerechnet. Und jetzt braucht man natürlich die Wärmeleitfähigkeiten verschiedener Baustoffe, die im Tabellenbuch in den ganzen, naja, Tabellen halt vor diesem Kapitel drinstehen. Die brauchen wir natürlich im Weiteren. Das sind letzten Endes Baustoffkennwerte. Ja, also diese Wärmeleitfähigkeit, das sind Baustoffkennwerte. Die muss ein Hersteller ermittelt haben, die können Sie irgendwo ablesen. Das heißt, die werden Sie jetzt nicht berechnen oder sowas, sondern das sind einfach entsprechende Kennwerte des Baustoffs. So, dann Wärmestrom, Wärmestromdichte, das sind so ein paar herleitende Begriffe des Tabellenbuchs. Die kann man sich angucken, sollten Sie sich angucken, mal so ein bisschen durchlesen, dass Sie die Begriffe mal gehört haben. So, und was dann als nächstes wichtig wird, wenn Sie sich vorstellen, ein Bauteil zwischen warmer und kalter Seite, das übt natürlich einen Widerstand aus gegenüber Temperaturdurchtritt. Also Sie verhindern, dass die Temperatur von der warmen zu kalten Seite abströmt, abfließt über Wärmeleitung, dadurch, dass dieses Bauteil mit einer entsprechenden Wärmeleitfähigkeit einen Widerstand ausübt. Ja, so könnte ich es auch umformulieren. Das heißt, je geringer die Wärmeleitfähigkeit ist, desto höher ist der Widerstand. Ja, auch klar. Und jetzt gibt es drei, vier verschiedene, ja, eigentlich drei verschiedene Arten von Widerständen, mit denen ich jetzt umgehen muss. Das ist einmal der sogenannte Wärmeübergangswiderstand, nämlich die Stelle, wo die Wärme aus der Raumluft übergeht in das Bauteil hinein. Also die Luftschicht sozusagen vor der Innenoberfläche des Bauteils oder die Luftschicht unmittelbar außerhalb der Bauteiloberfläche. Da bildet sich auch ein Widerstand heraus, ein sogenannter Wärmeübergangswiderstand, weil die Wärme übergeht von der Raumluft in eine Wärme des Materials. Das bezeichnen wir als Wärmeübergangswiderstand. Das gucken wir uns als erstes an. Und im Unterschied, wenn Sie jetzt Physik studieren würden, dann würden wir uns anschauen, wie funktioniert der physikalische Mechanismus dahinter? Was ist die grundlegende Physik? Sie studieren aber keine Physik, sondern Sie studieren Bauingenieurwesen oder Ingenieurwesen allgemein gesagt. Das heißt, wir fassen die verschiedenen Fälle, wir fassen die Natur zusammen und pressen das Ganze in eine Tabelle. Das heißt, für diese Wärmeübergangswiderstände gibt es entsprechende Tabellen. Das heißt, wir brauchen eigentlich, im Tabellenbuch können Sie nachlesen, wie diese Werte berechnet werden, brauchen wir diese Tabelle hier mit verschiedenen Wärmeübergangswiderständen bzw. Situationen. Jetzt gucken wir uns erst mal die Zeile 2 an. Also, ich habe einen Wärmeübergangswiderstand. Wenn wir jetzt mal einen Querschnitt durch eine einfache Außenwand mal aufzeichnen, mal angenommen, die besteht nur aus Mauerwerk. Dann ist der Übergangswiderstand, jetzt sagen wir mal, hier wäre außen, da wäre innen. Und Sie haben auf der Innenseite eine Lufttemperatur von, sagen wir mal, plus 20 Grad Celsius und auf der Außenseite haben Sie eine Temperatur von minus 5 Grad Celsius als Beispiel. Und die Temperatur wird sich absolut gleich verhalten wie die Widerstände. Je größer ein Widerstand ist einer Schicht, desto größer wird der Temperatursprung sein innerhalb dieser Schicht. Das können Sie herleiten aus der Wärmeleitfähigkeit. Da war ja, die Wärmeleitfähigkeit bestimmte sich ja als Wärmestrom, der sich ergibt bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin. Das war ja quasi die Versuchsanordnung. Und der Wärmestrom wird doppelt so groß sein, wenn die Temperaturdifferenz doppelt so groß ist. Oder andersrum kann ich es natürlich auch formulieren, wenn die Wärmeleitfähigkeit halb so groß ist, ist der Widerstand doppelt so groß. Das heißt, um den gleichen Wärmestrom herzustellen, brauche ich eine Temperaturdifferenz, die doppelt so groß ist. Also je größer der Widerstand einer Schicht ist, desto größer ist der Temperatursprung innerhalb dieser Schicht. Das werden wir noch ein paar Mal thematisieren. Und jetzt geht es, wie gesagt, um den inneren und äußeren Übergangsbereich zwischen Raumluft und Oberfläche meines Bauteils. Um diesen Bereich geht es und innerhalb dieses Bereichs habe ich jetzt den Wärmeübergangswiderstand R und Übergangswiderstand Schicht innen oder RSE Schicht extern. Das sind die Übergangswiderstände RSI und RSE. Und die sind in der Tabelle genannt. Und die treten immer dann auf, wenn ich einen Übergang habe von dem Wärmetransport innerhalb eines Feststoffs, wie hier innerhalb meiner Mauer, und der Temperatur in einem anderen Medium, also zum Beispiel Luft. Bei uns grenzt die Außenluft an unser Bauteil. Das heißt, ich habe von außen betrachtet einen Übergangswiderstand immer dann, wenn meine Außenwand an Außenluft angrenzt. Dann habe ich den Übergang von einem Feststoff in einen gasförmigen Stoff. Wenn meine Außenwand jetzt aber an einen weiteren Feststoff angrenzt, wie zum Beispiel Erdreich, Zeile 2, dann habe ich auf der Außenseite keinen Übergangswiderstand, weil ich da ja wiederum festes Erdreich habe. Das heißt, wenn ich auf der Außenseite Erdreich habe, beträgt der Übergangswiderstand auf der Außenseite 0, so wie in der Tabelle hier auch genannt. Wenn Sie jetzt auf der Innenseite ein Schwimmbecken hätten, wo Wasser an Außenwand grenzt, dann hätte ich auch da keinen Übergangswiderstand, weil das zwei Feststoffe sind. Und Flüssigkeit wird dann näherungsweise als Feststoff mit betrachtet. Also auch da den Fall, kommt jetzt selten vor, dass Sie ein Schwimmbad haben im Haus, hätte ich keinen Übergangswiderstand. Das heißt, wenn ich auf der Außenseite keine Luft habe, sondern Erdreich, habe ich keinen Übergangswiderstand auf der Außenseite. Gucken wir uns die Zeile 5 an. Das wäre die Zeile, die für meine Außenwand gilt. Das heißt, da steht bei horizontal gerichtetem Wärmestrom, das heißt, der Wärmestrom geht oder die Wärmestromdichte Q geht horizontal durch meine Außenwand. Wenn das jetzt ein Vertikalschnitt ist, Sie stellen sich eine Außenwand vor, durch die Sie vertikal schneiden, dann verläuft die Wärmestromrichtung immer senkrecht zu meiner Bauteiloberfläche, durch mein Bauteil hindurch. Das heißt, mein Wärmestrom fließt horizontal durch mein Bauteil. Dann hätte ich auf der Innenseite einen Übergangswiderstand von 0,13 Quadratmeter Kelvin pro Watt und auf der Außenseite hätte ich einen Übergangswiderstand von 0,04 Quadratmeter Kelvin pro Watt. Weil der Winkel zur Horizontalen sich in einem bestimmten Bereich bewegt, Sie sehen die Fußnote dieser Tabelle, Fußnote 2 oder 1, das heißt, gilt für Neigungen zwischen plus minus 30 Grad zur Horizontalen. Da bezeichnet man die Wärmestromrichtung als horizontal und ab 30 Grad wird es dann entsprechend anders. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bauteil habe, ich drehe das einfach mal und sage, ich hätte vielleicht eine geneigte Stahlbetondecke, die hätte einen bestimmten Winkel Alpha an der Stelle, dann wüsste ich auch, meine Wärmestromrichtung geht senkrecht durchs Bauteil durch und dann hätte ich hier entsprechend 90 minus Alpha, wenn Alpha, also das Dach um 30 Grad geneigt ist, dann hätte ich da eine Wärmestromneigung zur Horizontalen von 60 Grad als Beispiel. Und dann wäre meine Wärmestromrichtung nach oben gerichtet. Also ab 30 Grad wechselt immer die Wärmestromrichtung. Ich glaube, auf der nächsten Seite ist das auch nochmal erklärt. Obrige Abbildung, das erklärt nochmal die Wärmestromrichtung in Bezug zur Neigung des Bauteils. Das heißt, ab einer Dachneigung von entsprechenden Winkeln hier habe ich dann Horizontalen oder einen nach oben gerichteten Wärmestrom. Und da Wärme tendenziell nach oben strebt, wenn ich jetzt einen nach oben gerichteten Wärmestrom habe, dann wird der Widerstand auf der Innenseite etwas kleiner ausfallen, wenn ich einen Wärmestrom habe, der nach oben abfließen will. Deswegen liegt er dann in der Zeile 4 auch nur bei 0,1 und nicht mehr bei 0,13. Wenn ich jetzt eine Decke nach unten habe, wenn Sie zum Beispiel den Boden untersuchen über einer Tiefgaragenzufahrt oder Sie haben so einen Eingangsbereich, der noch, wo das Geschoss, das Obergeschoss oder drüber hinaus geht, dann will die Wärme nach unten weg und das ist schwieriger für die Wärme. Deswegen ist der Übergangswiderstand dann etwas höher und liegt bei 0,17. Und der äußere Übergangswiderstand liegt immer bei 0,04. Die Zeilen 8 und 9 sind für uns jetzt erstmal bei der wärmetechnischen Untersuchung nicht relevant. Die gelten für andere Randbedingungen, da steht es auch dabei. Für Wärmebrücken und feuchte technische Berechnungen gelten andere Übergangswiderstände, die da genannt sind. Also wir gucken erstmal auf die Zeilen, wenn Sie so wollen, 2 bis 7. Und diese Zuordnung, die finden Sie auch nochmal auf der Abbildung jetzt hier unten, wo so ein Haus im Querschnitt mal dargestellt ist. Sie sehen grau schraffiert oder grau mit einem Filling hinterlegt, die beheizte Gebäudehülle, also den Teil des Gebäudes, den Sie beheizen. Und dann in den jeweiligen Fällen genannt quasi den inneren und äußeren Übergangswiderstand. Das heißt, mit dieser Abbildung oder der Tabelle auf der vorderen Seite können Sie immer die richtigen inneren und äußeren Übergangswiderstände finden. Sie sehen, dass in einigen Fällen, wenn wir jetzt mal hier gucken, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel mal sehen, ist der innere und äußere Übergangswiderstand gleich groß, wenn der Wärmestrom nach oben geht und der obere Dachbereich nicht beheizt ist. Das sind Sonderfälle, auf die kommen wir noch zu sprechen. So, das heißt, Wärmeübergangswiderstand, einfache Kiste, richtigen Fall aus der Tabelle raussuchen, Wert abschreiben, fertig. Übergangswiderstand bestimmt. Haken dran. Denk mal, da gibt es jetzt irgendwie noch keine Fragen, könnte ich mir vorstellen. Wenn doch, gerne Hand heben bitte. Oder was in den Chat schreiben. Oder einfach Mikro an. So, die nächste Sache, Wärmedurchlasswiderstand, das ist etwas, das müssen wir jetzt nochmal unterteilen in verschiedene Fälle. Also dieses Thema Wärmedurchgangs, Durchlasswiderstand einer Schicht oder von Luftschichten oder von unbeheizten Räumen, da müssen wir jetzt verschiedene Fälle untersuchen. Also dieses Thema Wärmedurchlasswiderstand, das ist eins, das müssen wir jetzt in den verschiedenen Bereichen nochmal unterteilen. Auch da gucken wir mal ins Tabellenbuch, was das dazu schreibt. Da geht es dann jetzt hier los. Wärmedurchlasswiderstand einer Baustoffschicht. Also wenn Sie wissen wollen, wie hoch ist der Wärmedurchlasswiderstand R, der mittleren Mauerwerksschicht zum Beispiel. Dann wird die berechnet für diese einzelne Schicht. Entsprechend der Formel, die Dicke dieser Schicht dividiert durch die Wärmeleitfähigkeit dieser Schicht. Das hier ist dann die Dicke der Schicht und das Material selber hat natürlich eine Wärmeleitfähigkeit. Wo kriege ich die Dicke her? Aus dem Architektenplan. Wo kriege ich die Wärmeleitfähigkeit her? Aus dem Tabellenbuch. So und Sie müssen das jetzt vordimensionieren. Das heißt, Ihr Job ist jetzt der, entweder die Dicke oder die Wärmeleitfähigkeit oder beides vorzudimensionieren, dass der richtige passende Wert rauskommt, den wir eben in die Tabelle schon mal geschrieben haben. Und da müssen wir jetzt drüber reden. So, also Wärmedurchlasswiderstand einer Bauteilschicht, einer Baustoffschicht, ist nicht weiter spannend zu berechnen. Das ist diese Formel hier, die auch im Tabellenbuch steht. Und wenn Sie sich nicht merken können, ob das jetzt die Dicke durch Lambda ist oder Lambda durch D, dann können Sie sich immer vorstellen, naja, der Widerstand muss größer werden, wenn die Schicht dicker wird. So, deswegen muss die Dicke immer oben im Zähler stehen und nicht unten im Nenner. Das heißt, der Widerstand einer Schicht und die Dicke sind unmittelbar und direkt proportional zueinander. Logisch, ne? Wenn Sie ein Brett nehmen, 4 cm dick, hat einen Durchlasswiderstand xy. Wenn Sie noch ein Brett drauflegen, was die gleiche Dicke hat, ist der Widerstand doppelt so groß. Es gibt keinen Grund, an einen anderen Zusammenhang zu denken als einen linear proportionalen. Also der Widerstand einer Schicht ist proportional zur Dicke der Schicht. Und bei der Wärmeleitfähigkeit ist es jetzt so, naja, wie der Name sagt, Wärmeleitfähigkeit. Je besser ein Material Wärme leitet, desto kleiner muss der Widerstand sein. Je höher die Wärmeleitfähigkeit ist, desto kleiner ist der Widerstand. Also da muss es einen antiproportionalen Zusammenhang geben. Deswegen steht das Lambda im Nenner. Ja, deswegen Dicke durch Lambda, das ist quasi der Widerstand, der Durchlasswiderstand einer Schicht. Gibt es da Fragen zu, bis hierhin? Wir werden immer konkreter, wir müssen dann später noch die Formeln anwenden, da kommen wir noch zu. Aber bis jetzt alles noch easy, oder? Alles noch beherrschbar. Ja, der ganze Formelsatz. Jetzt machen wir es wieder ein bisschen komplizierter. Da kommen wir noch zu. Wir reden jetzt über Luftschichten. Also hier unten Wärmedurchlasswiderstand von Luftschichten. In verschiedenen Bauteilen sind, das werden wir später sehen, Luftschichten planmäßig eingebaut. Und die Frage, die wir, oder wir machen es uns noch einfacher, ja. Wir sind ja effiziente Mitarbeiter, das heißt, wir sind in einem gesunden Maße faul. Ja, und zwar im Sinne des Auftraggebers faul. Wir machen keine Berechnungen, die keinen Sinn machen. In der Norm steht jetzt diese Tabelle 2, 1, 11 drin. Das heißt, wir haben in Abhängigkeit der Luftschichtart eine Berechnung des Widerstands, hier auf der Seite sehen wir das, des Widerstands dieser Luftschicht. Also eine Luftschicht, die in Bewegung ist, hat sicherlich einen anderen Widerstand, also eine Luftschicht, die von außen Frischluft bekommt, also die planmäßig eine bewegte Luftschicht ist, eine nicht ruhende Luftschicht, hat ja sicherlich einen anderen Widerstand als eine komplett ruhende, abgeschlossene Luftschicht. Man kann sich vorstellen, dass eine ruhende Luftschicht, die keinen Zugang zur Außenluft hat, dass die einen eigenen Wärmedurchlasswiderstand hat. Und so ist es auch. Das heißt, für ruhende Luftschichten gilt die Tabelle, die Sie hier oben sehen. Das heißt, wiederum in Abhängigkeit einerseits der Dicke der Luftschicht und der Richtung des Wärmestroms können Sie direkt den Wärmedurchlasswiderstand einer ruhenden Luftschicht ablesen. Kein Hexenwerk. So, was mache ich jetzt mit den Fällen, die hier auch genannt sind? Ja, also ich habe ruhende Luftschichten, Zeile 2, ich habe schwach belüftete Luftschichten und ich habe stark belüftete Luftschichten. Und das ist dann so ein bisschen umständlich definiert über den zulässigen Öffnungsquerschnitt A in Quadratmillimetern, je Meter Länge dieser Luftschicht, bla bla bla. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man das mal gemacht hat, wird man feststellen, dass der Unterschied zwischen schwach belüfteter Luftschicht und stark belüfteter Luftschicht akademisch ist. Das heißt, Sie unterscheiden bitte nur, einzig und allein, ist es eine ruhende Luftschicht, kann ich planerisch konstruktiv dafür sorgen, dass die Luftschicht in meinem Bauteil abgeschlossen und in Ruhe ist? Dann ist es eine ruhende Luftschicht. Und wenn ich nicht dafür sorgen kann, dann ist es, und das sollten Sie dann auf der sicheren Seite dann annehmen, eine stark belüftete Luftschicht und dann passieren wiederum andere Dinge. Und diese mittlere Unterscheidung, schwach belüftete Luftschicht, das ist eine Unterscheidung, die wir bitte in der Praxis nicht vornehmen. Das ist Zeitverschwendung. Das heißt, wir unterscheiden zwischen der ruhenden Luftschicht und dann können Sie im Tabellenbuch nachlesen, was dann passiert. Und da ist es so, dass Sie eine ruhende Luftschicht behandeln wie eine Baustoffschicht. Die hat einen eigenen Widerstand. Den Widerstand können Sie ja ablesen. Wunderbar. Und bei einer stark belüfteten Luftschicht, das ist dann hier unten im Tabellenbuch genannt, da unten der kleine Absatz, da ist es so, naja, die Luftschicht hat ja Zugang zur Außenluft. Da kommt ja frische Luft von außen, strömt in diese Hinterlüftung rein. Das heißt, alle Baustoffschichten, die noch außerhalb kommen, die müssen ja egal sein. Die können ja nicht noch zusätzlich wärmedämmend sein. Und das gucken wir uns an, wenn wir Bauteile konkret berechnen. Für Sie jetzt im Moment reicht es, wenn Sie sich merken, okay, ich muss unterscheiden, ist das eine ruhende Luftschicht oder nicht. Und wenn nicht, dann ist es eine stark belüftete Luftschicht. Das reicht für jetzt erstmal. So gehe ich mit Luftschichten um. So, was ist der nächste Fall? Unbeheizte Räume. Also eine Schicht können wir berechnen. Machen wir mal einen Haken hinter. Wir können eine Schicht berechnen. Wir können Luftschichten definieren. Wie gehe ich jetzt mit unbeheizten Räumen um? Auch das gucken wir uns gerade an. Auch da kürzen wir das ab. Unbeheizte Räume untersuchen wir im Kapitel E bei der Energiebilanz in Form des sogenannten Temperatur-Korrekturfaktors Fx. Das sind jetzt lauter unbekannte Begriffe und da müssen Sie jetzt auch noch gar nichts mit verbinden. Es reicht völlig, wenn Sie sich das dranschreiben. Und dann werden wir, wenn wir gegen Ende der Veranstaltung im Mai, Juni das Kapitel E haben, werden wir an die Stelle wieder zurückkommen und dann werde ich Ihnen sagen, und hier machen wir jetzt die Bilanzierung unbeheizter Räume. Man kann, im Tabellenbuch steht das drin, ab der Seite 54 sehen Sie das hier, man kann unbeheizte Lufträume auch energetisch mit in den Widerstand mit reinrechnen. Das machen wir aber nicht, sondern wir machen das bei der Energiebilanz. Das ist viel einfacher und pragmatischer. Das heißt, diesen Absatz mit Lufträumen, den können Sie quasi gedanklich streichen. All diese Seiten, die drei Seiten, die brauchen wir nicht. Ja, interessiert uns nicht weiter. So, das heißt, übrig bleibt von der ganzen komplizierten Angelegenheit, bleiben zwei Sachen. Ich habe Wärmedurchlasswiderstände von Baustoffschichten und ich habe Wärmedurchlasswiderstände von Luftschichten. Mehr habe ich nicht. Und das Ganze kann ich jetzt zusammenbauen, wie Sie das hier in der Formel 2, 1, 12 sehen. Zu einem Wärmedurchgangswiderstand heißt das Ding. Das müssen wir nochmal aufschreiben, weil das so ein bisschen dann Fachvokabular ist. Da kommen wir jetzt noch zu. Ich schreibe es mal hier oben bei. Da haben Sie noch ein bisschen Luft drauf auf der Seite. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal anschaue, so einen typischen Außenwandaufbau. Wir haben eine Mauerwerkswand. Als Beispiel. Ganz simpel. Wir haben auf der Innenseite einen Innenputz. Wir haben auf der Außenseite einen Außenputz. Dann werde ich haben, also hier ist links ist Innen, da ist Außen. So, welche Widerstände haben wir also, wenn ich mir so ein Bauteil angucke? Wir haben den Übergangswiderstand auf der Innenseite. Wir haben den Übergangswiderstand auf der Außenseite. Wir haben den Widerstand der Schicht 1, den Wärmedurchlasswiderstand der Schicht 1. Wir haben den Wärmedurchlasswiderstand der Schicht 2. Wir haben den Wärmedurchlasswiderstand der Schicht 3. und es macht gar keinen Sinn, was anderes anzunehmen, als dass ich diese Widerstände, die ja alle hintereinander geschaltet sind, aus der Elektrotechnik kennen Sie vielleicht den Begriff, die sind alle in Reihe geschaltet. Die klemmen alle hintereinander, als dass ich nichts anderes tun muss oder kann oder darf, als die einfach zu addieren. Das heißt, ich kann berechnen R1 plus R2 plus R3 und dann ist das der Wärmedurchlasswiderstand des gesamten Bauteils. Wärmedurchlasswiderstand und zwar des gesamten Bauteils. Und wenn ich jetzt noch mitberechne, sozusagen die Übergangswiderstände RSI, Sie müssen das jetzt nicht noch in grün machen, ich will das nur nochmal deutlich machen, wenn ich das auch noch mit addiere, dann erhalte ich sozusagen wiederum einen eigenen Wert, der auch im Tabellenbuch steht. Das Ding nennt man dann RT und das ist dann nichts anderes als RSI plus die Summe aller Schichten, also Summe RI plus den äußeren Übergangswiderstand RSE. Und das Ding nennt sich Wärmedurchgangswiderstand. Ja, und das ist Fachvokabular, sind zwei Begriffe, die Sie jetzt kennen und die Sie zuordnen können. Wir haben Wärmedurchlasswiderstand von Schichten, wir haben Wärmedurchlasswiderstand von Luftschichten, wir haben Wärmeübergangswiderstände. Die Summe aller Wärmedurchlasswiderstände ist wiederum ein Wärmedurchlasswiderstand und zwar für das ganze Bauteil. Und wenn ich dann noch die Übergangswiderstände dazu addiere, dann habe ich den Wärmedurchgangswiderstand meines gesamten Bauteils und dieses T, das steht für Transmission, Durchgang. Transmission, Transmittieren, Durchgang, Transmission, das heißt, das ist der Index in der entsprechenden Größe, RT, das ist der Durchgangswiderstand meines Bauteils. Und das sehen Sie, ist im Tabellenbuch natürlich auch so genannt. Und so kann ich jetzt alle Bauteile berechnen, die sogenannte homogene Bauteile sind, also wo eine Schicht nur aus einem Material besteht, so wie hier entsprechend auch diese Mauerwerkswand aus drei Schichten besteht, die in sich aber homogen sind, also die kein anderes Material haben. Es gibt den Innenputz, es gibt den Außenputz, es gibt das Mauerwerk und da spreche ich jetzt von einem homogenen Bauteil. Das heißt, die Schicht 1, 2 und 3 bestehen nur aus einem einzigen Material. Und für solche homogenen Bauteile kann ich diesen Wärmedurchgangswiderstand nach dieser einfachen, man mag es gar nicht Formel bezeichnen, nach dieser Rechenregel letzten Endes ermitteln. Oder auch wieder unten genannt, mehrschichtige homogene Bauteile, RT ist gleich RSI plus Summe RI oder Summe RI kann ich jetzt wieder ersetzen natürlich. Ich kann hierfür natürlich auch schreiben, die Summe Dicke durch Lambda und das für alle Schichten, DI durch Lambda I. Ja, das ist nichts anderes. Das ist die Formel, die im Tabellenbuch steht. Ja, mehr ist es nicht. Mehr müssen wir nicht machen. So werden homogene Bauteile berechnet und jetzt kommen wir zum Ende. Wir haben ja schon 11.35 Uhr. Das heißt, wir werden jetzt wie folgt weitermachen dann in der nächsten Dienstagsveranstaltung. Jetzt am Freitag ist ja Karfreitag, nächste Woche ist Ostern. Das heißt, wir sehen uns erst wieder in zwei Wochen und werden da weitermachen, wo Sie auch im Projekt stehen. Das heißt, wir werden die Bauteile vordimensionieren. Da können Sie sich gerne schon mal angucken, das Video aus dem Arbeitsheft dazu, wie Bauteile vordimensioniert werden und werden dann erkennen, okay, das haben wir letztes Mal schon gemacht. Können Sie jetzt auch schon relativ schnell vordimensionieren. Gucken uns an, was die Baustofflieferanten oder die Hersteller dazu sagen. Und dann geht es ans Beispielprojekt. Da sehen Sie, dass immer, wenn Themen kommen, die mit Ihrem Projekt zu tun haben, gibt es so einen fetten blauen Rand da drum. Dass Sie das in der PDF auch relativ schnell finden. Also überall, wo so ein blauer Rand drum ist, da geht es dann um Ihr oder mein Beispielprojekt. Und da geht es dann um die Vordimensionierung der Dämmstoffe. Und dann geht es schon an konkrete Baukonstruktionen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel mal, so sehen die Blätter aus, eine Bodenplatte. Sie sehen, hier oben ist dann auch immer angegeben, wo befindet sich das Bauteil. Das ist dann rot hinterlegt. Und das kann dann so aussehen, dass Sie dann hier wieder einen Vertikalschnitt haben durch so einen Fußbodenaufbau. Sie haben in der Mitte Stahlbeton, oben ein Estrich, ein Bodenbelag, eine Sperrbahn. Also das, was hier dran steht. Und wir haben die Richtung des Wärmestroms. Das ist ein bisschen verdeckt durch den blauen Rand, von oben nach unten. Und dann werden wir uns an diese Tabelle hier machen und werden uns erstmal mit dem Rot hinterlegten beschäftigen. Und da sehen Sie, es ist nichts anderes als das, was wir jetzt gemacht haben. Ja, wir haben den Übergangswiderstand RSI. Den müssen wir hinschreiben. Wir haben die Schichten 1 bis XY. Schreiben da den jeweiligen Kennwerte hin. Dicke, Wärmeleitfähigkeit. Daraus ergibt sich der Durchlasswiderstand. Die Summe ist mein Durchgangswiderstand RT. Und dann sehen Sie auch schon den nächsten Begriff. Das ist der U-Wert. Das ist nämlich der Kehrwert des Durchgangswiderstands. Das ist nichts anderes. Und da gibt es dann einen Abgleich zu Ihren Orientierungswerten. U, Referenz, Gebäudeenergiegesetz. Den Wert schreiben wir da hin. Das ist die 0, erdberührtes Bauteil, Bodenplatte, haben Sie ja eben genannt, 0,35. Schreiben wir das schon mal als Beispiel hin. Und so weiter. Und dann können wir direkt quasi Vordimensionierung und sagen, okay, was ist eigentlich die Unbekannte an diesem Bauteilaufbau? Das ist zum einen natürlich die Stahlbetonbodenplatte. Das muss der Tragwerksplaner vorgeben. Wie dick muss die Bodenplatte sein? Aber wir wissen, Stahlbeton hat eine schlechte Wärmeleitfähigkeit oder eine sehr gute, wenn man so will. Also dämmt schlecht. Was ist die Schicht, die am meisten dämmt? Das ist natürlich die Wärmedämmschicht. Die Schicht Nummer 3 hier. Das heißt, die dimensionieren Sie vor, sodass der U-Wert passt. Mehr ist es nicht. Das heißt, wir haben in der Formel eine Unbekannte. Das ist die Dicke der Wärmedämmung. Wärmeleitfähigkeit können wir nachgucken. Naja, eine Formel mit einer Unbekannten. Das kriegen wir hin. Und so ist die Vordimensionierung. Und so gehen wir dann im Abgleich mit der Baukonstruktion verschiedene Konstruktionsweisen durch. Wir haben hier eine andere Art der Bodenplatte, wo ein Teil der Dämmung auf der Bodenplatte liegt. Und das ist dann überwiegend Baukonstruktionen. Das nächste Mal uns anzuschauen, auch wie die Bauweisen sind. Das heißt, das machen wir dann im Abgleich mit dem Baukursskript. Beim nächsten Mal gucken wir, dass wir die Bauteile vordimensioniert kriegen. Und dann schauen wir uns an die Schönen. Dann gehen wir das in der Augen. Und dann kommen wir uns an die Schönen. Untertitelung des ZDF, 2020